So, da ist er nun, der Bub, weit weg von mir, aber er kommt. Sehr gut, Brausi, sehr gut, Schnuffi. So, jetzt schauen wir mal, ob er das noch kann. Homm ich sitz. Dubi, sitz. Homm ich sitz. Nee, sitzen sollst du. Sitz. Mag er gerade nicht, wir sind gerade dabei am Üben, wird schon noch. Sitz. Jetzt sitzt du von allein, genau. Prima. Gib mir mal Pfutti. Pfutti. Ist hier draußen ein bisschen schwierig, gell, mit der ganzen Ablenkung. Wir machen mal noch ein Video von zu Hause, weil eigentlich sitzt er zu Hause schon ganz toll. Sitz. Sehr gut, prima. Und Pfutti geht eigentlich auch recht gut. Ja, das sind so die einzigen zwei kleinen Dinger, die wir jetzt in der Zwischenzeit gelernt haben. Aber es war natürlich am Anfang auch noch schwierig, weil er erst ankommen musste, bevor ich überhaupt anfangen konnte, mit ihm zu arbeiten. Aber jetzt sind wir dabei. Ich glaube, es macht ihm auch Spaß, abends mit mir da zu sitzen und ein Leckerchen auch dem anderen zu kassieren, wenn es läuft. Ja, ansonsten, was soll ich noch groß sagen? Hier ist immer noch ein kleines, eine kleine Kuh, die gerne Gras frisst. Ja, das mit dem Autofahren, hm, ist noch nicht weg. Es ist aber besser. Ich nehme mir auch vor, ich werde zum Tierarzt gehen, um das möglicherweise völlig abzustellen mit irgendwelcher Homöopathie. Aber so weit, so, manchmal übergibt er sich gar nicht tagelang und dann kommt wieder ein Tag und dann nach zehn Minuten oder so kurz vor Ankunft, in der Arbeit zum Beispiel oder zu Hause, je nachdem, von wo wir starten, übergibt er sich dann doch mal. Aber er springt mittlerweile schon allein ins Auto rein. Das hat er am Anfang gar nicht gewollt. Da war Autofahren, ich lege mich lieber auf den Boden und warte ab. Aber jetzt springt er schon allein ins Auto. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ich würde sagen, wir kriegen das schon, ne? So weit, so.